Willkommen liebe Freunde aus nah und fern zur Neuheitenvorstellung, besser gesagt zur Frühjahrsneuheitenvorstellung 2024 von ESO. Und ich sitze natürlich nicht alleine im Studio. Neben mir sitzt Jürgen, der uns in der Frage jetzt richtig unterstützen wird und begleiten wird. Und ich kann Ihnen versprechen, liebe Freunde, nicht nur dieser Katalog ist voller Neuheiten, sondern wir haben einen großen Teil der Neuheiten auf unserer Vorführanlage stehen. Es sind insgesamt 15 Loks, die Sie heute hier live erleben dürfen. Grüß dich Jürgen. Hallo lieber Frank, wie immer ist es mir eine Freude, gemeinsam mit dir die Neuheiten dem Publikum vorstellen zu dürfen. Und weil wir jede Menge vorstellen wollen und auch sicherlich hier und da ein bisschen Gesprächsbedarf haben, wollen wir gleich anfangen. Nämlich mit einer Lok, wo es vor zwei Jahren, so muss ich das ja sagen, so angefangen hat. Okay. Und dann? Musik 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 Türen schließe Abfallend, der wird abfallend. So, liebe Freunde, Sie können sich sicherlich noch daran erinnern, das haben wir in Brakel gemacht, hat uns sehr viel Spaß gemacht, Jürgen. Ja, bei der Modellbundesbahn. Genau, da möchten wir uns also an der Stelle nochmal, auch wenn es schon zwei Jahre her ist, nochmal herzlich bedanken und Sie auffordern, gehen Sie ruhig mal hin, ist ganz toll da. Ja, aber wir wollen ja über eine Lokomotive reden, beziehungsweise gleich über vier Stück der Baureihe 78, die du nachgelegt hast. Und da ist eine dabei, die stand ganz hoch in der Gunst. Ja, Frank, die hast du ja gleich haben wollen, wo wir die ersten vier Varianten vorgestellt haben. Und jetzt sind sozusagen deine Wünsche erhört worden und nicht nur deine, sondern auch einige andere Leute wollten sie natürlich haben, die T18 in DR-Ausführung mit Windleitblechen. Genau, mit den Windleitblechen. Das ist also eine typische Reichsbahn-Lok mit der Artikelnummer 31 184. Und diese Maschine ist im BW Stralsund beheimatet gewesen. Und die wollen wir da jetzt auch gleich mal ins Bild fahren. Sehr gerne mache ich das für dich. So, dann kommt sie auch schon angedampft. Auch hier die Maschine die gleiche Ausstattung, was ja auch auf Messen immer für sehr viel Bewunderung gesorgt hat. Sie hat nicht nur den Zylinderdampf, sie qualmt mächtig, sondern sie hat ja auch unten den Zylinderdampf raus. Genau, das Besondere bei der T18 ist, dass das die erste ESO-Lok und ich glaube die erste Großserien-Lok überhaupt ist in H0, die einen Zylinderdampf hat, der nach unten quasi rausgeht und einen getakteten Rauchgenerator, der nach oben den ganz normalen Auspuffschlag macht. Und auch diese Maschine hat, wie die anderen Maschinen, einen doppelten Tank? Die hat einen gemeinsamen Tank, man füllt ihn nur von oben ein. Das wird auch immer wieder gefragt, wie ich denn den zweiten Tank fülle. Das ist eine relativ ausgeklügelte Technologie, dass die sich den Tank teilen. Also man muss nur einmal oben einfüllen und dann klappt das für beide Tanks oder für beide Zylinder-Smokes. So, was die Leute auch immer gesagt haben, wir haben also mit fast verzückten Augen vor, ich habe es ja nur selbst erlebt, vor Dortmund auf der Messe vor dieser Locke standen, die war ja auch glaube ich das meistfotografierteste Objekt auf der Vorführanlage. Ja. Die Filigranität und die Technik, so wie die Maschine läuft, das ist eigentlich unglaublich. Also die T18 wurde insgesamt vom Publikum sehr gut aufgenommen. Die erste Auflage war dann ja nach einer Woche ausverkauft. Wir haben ja dann auch eine Zweitauflage eben produziert, also quasi nochmal nachgelegt und eben ja dann auch diese vier neuen gleich mitproduziert, die wir jetzt der Öffentlichkeit eben vorstellen und auch gleich liefern können, by the way. Ja, klar, wir haben fast alles aus Metall gemacht. Wir haben sehr, sehr viel Wert auf die richtige Detaillierung gelegt. Aber auch gerade das Fahrwerk mit diesen detaillierten Stangen kommt bei den Leuten gut an. Aber natürlich auch das Technikpaket mit den zwei Rauchgeneratoren, was für viele irgendwie ja erstmal schwer verständlich ist, dass das wirklich geht. Und die Digitalkupplungen und das Powerpack und das ganze Lichtpaket. Insgesamt ist das schon eine Locke geworden, wo ich sagen muss, bin ich ein bisschen stolz auf das. Ja, die Locke ist wirklich ein super Ding. Ich denke, wenn wir mal ganz kurz in die Geschichte des Originals zurückgehen, so begeistert, wie Jürgen jetzt von dieser Locke gesprochen hat und so begeistert, wie Sie da draußen sind von dieser Locke, waren natürlich auch die Herren, die diese Locke bestellt und gekauft haben, muss ich dazu sagen, die ja am Original gefahren ist. Es war ja Wunsch, vor allen Dingen in den Grenzgebieten leistungsstarke Lokomotiven zu haben, die vorwärts wie rückwärts das gleiche Tempo drauf hatten. Und die erste Serie der Maschine ist, glaube ich, 90 kmh schnell gewesen und die zweite Serie ist dann 100 kmh gelaufen. Und damit war sie auch universell einsatzbar, zum Beispiel vor Schnellzügen. Das ist furchtig. Und sie ist auch sehr lange im Einsatz gewesen. Richtig, sie war auch sehr lange im Einsatz. Dazu kommt gleich die nächste Maschine hinterher und das ist eine Maschine der Württembergischen Staatsbahnen. Denn diese Beamten bzw. der Vorstand dieser Leute hat diese Locke gleich den Vulkanwerken ein bisschen Druck gemacht und haben 20 Stück davon abgezweigt, sodass 20 Maschinen damals in Baden-Württemberg gelaufen sind. Und die kommt jetzt mal ins Bild gefahren. Eine wunderschöne Länderbahn-Lok der Epoche 1. Für alle Freunde der Epoche 1-Fahrer vor allen Dingen wirklich sicherlich genauso ein Hingucker wie eben die elegant wirkende Maschine aus dem BW-Strahlsund der Deutschen Reichsbahn. Ja, die Epoche 1-Lok sieht, wie man es leicht sehen kann, etwas anders aus. Sie wurde natürlich noch nicht mit dem Elektropaket so ausgerüstet wie später. Und die Württemberger Variante hat auch ein komplett anderes Dach, nämlich ein rundes Dach. Richtig. Und einen ziemlich flachen Kohleaufsatz hinten dran. Das hat eine eigenständige Optik. Wir haben aber auch festgestellt, dass die preußische Epoche 1-Variante sehr gut ankam. Und deshalb haben wir uns natürlich als fast baden-württembergisches Unternehmen im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern auch dazu entschlossen, dass wir die Baden-Württemberg-Fans mit dieser Lok in Epoche 1 beglücken können. Und wie gesagt, die Unterschiede sind dann doch enorm. Auch schon die Anordnung der Dome und der kleinen Details und Pumpen und Verrohrung und Leitungsführung ist schon eine mächtige Formvariante. Es fallen auch ins Auge zum Beispiel die angesetzten Lampen, Sturmlampen wie Rücklampen. Ja, das sind natürlich andere, klar. Das sind andere, die sind wirklich so filigran, man getraut sich die Lok kaum anzufassen, muss ich sagen. Aber sie wirkt in ihrer Art natürlich eigentlich genauso elegant wie jeder andere T18. Nur, auch wenn sie sich ein bisschen anders ausgesehen hat, aber im Grunde genommen war es die gleiche Maschine. Es ist die gleiche Maschine und auch wenn sie filigran aussieht, man kann sie eigentlich sehr gut im Anlagenbetrieb einsetzen. Ich empfehle immer, die am Wasserkasten eben zu greifen, dann passiert eigentlich nichts. Richtig. Also unsere Loks sind schon so gemacht, dass man sie auch im Anlagenbetrieb einsetzen kann. Richtig. Man kann sie ja auch aus der Verpackung relativ leicht befreien. Sie hat ja dann noch diesen Kunststoffstützen, wo man dann die Lok auch richtig schön anfassen kann und dann mit den Inbussschrauben lösen kann, sodass erstmal nichts passieren kann. Offensichtlich sind die württembergischen Maschinen nicht so weit gefahren, weil der Kohlekasten war nicht sehr groß. Die Preußen mussten wahrscheinlich etwas längere Strecken fahren, so halte ich den Eindruck. Ja, ich glaube auch, dass Preußen ein bisschen größer ist als Baden-Württemberg. Also wenn man es sich auf der Karte immer ein bisschen genauer anguckt, wie wohl man natürlich sagen muss, dass es in Württemberg auch andere Steigungen gab. Aber wie weit man da jetzt genau gekommen ist, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich jetzt nicht recherchiert. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Maschine. Es ist eine französische T18 sozusagen in der Epoche 3, die Hauptsache in Elsass-Lothringen damals unterwegs waren, weil es ja französisch war. Ja, das Elsass und auch Lothringen hat ja eine bewegte Geschichte hinter sich. Und tatsächlich sind diese Loks nach dem Ersten Weltkrieg als Reparationsleistungen letztendlich nach Frankreich als Leistung eben abgetreten worden. Es war damals sicherlich eine traurige Geschichte, aber uns erfreut sie sozusagen mit einer französischen Variante. Und die Loks haben sich wohl so gut bewährt, dass sie sehr lange im Einsatz blieben. Dann können wir ja gleich mal ins Bild fahren. Kann ich Ihnen noch ein paar Informationen sagen, ganz nebenbei, während Jürgen die Lok hier bewegt, dass 26 der 27 Maschinen der T18, wie gesagt der Reichseisenbahn Elsass-Lothringen, hieß es ja, gebaut wurden, verblieben sind in Frankreich. Und die meisten wurden aber im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gebracht und zum Teil nach dem Krieg wieder zurückgegeben. Deswegen gibt es eine Ausführung auch der SNCF mit der Loknummer 232 TC 421. Also die französischen T18 hatten die Bezeichnung 232 TC erhalten. Ja, diese Baureihe ist ebenfalls sehr interessant für die Freunde, die jetzt im Bereich grenzüberschreitenden Verkehr oder Anlagen haben, zwischen Deutschland und Frankreich fahren oder Luxemburg und Frankreich und so weiter. Eignen sich diese Maschinen hervorragend. Auch die unterscheidet sich eigentlich im Äußeren schon ein bisschen von den anderen. Genau, die Loks wurden dann natürlich auch im Laufe ihres Lebens modifiziert und ich glaube auch, dass keine zwei exakt gleich am Schluss aussahen nach all diesen Wartungen. Es war eine andere Zeit, es gab noch keine Computer, man hat viel auch improvisiert und letztendlich auch Erfahrung zurückgegriffen bei der Reparatur oder bei der Modifikation. Ja, auch hier sieht man natürlich deutlich die Lampen und auch das Führerhaus ist wieder ein anderes Führerhaus und die Verdommung. Wir denken, wir haben das Modell sehr gut getroffen und es ist garantiert auf jeden Fall für Liebhaber des grenznahen Einsatzes oder auch die Leute, die wirklich französische Vorbilder sammeln, eine schöne Erweiterung der Sammlung. Denke ich auch. Die Maschine sieht also, wie gesagt, ein bisschen anders aus, was auch die Farbgebung und Fahrwerk betrifft, aber sie wirkt trotzdem immer noch elegant. Die T18 ist eine meiner Lieblingsmaschinen von Anfang an gewesen, eben aufgrund der Proportionen und der Eleganz, die sie eben auch hat. So, diese Maschinen, wie gesagt, oder alle bis jetzt Vorgestellten sind ja sofort lieferbar, sind ja im Handel schon zu haben. Und dann kommen wir noch, last but not least, zur vierten Maschine, zur vierten Neuheit dieser Baureihe. Und da denke ich, hat Jürgen wieder ins Schwarze gegriffen. Es ist diesmal eine Bundesbahnmaschine, müssen wir ja mal dazu sagen. Die kommt aus der Epoche für die Maschine, hat die Loknummer 78468 und gehört eigentlich einer Privatbahn bzw. einem Museum. Ja, richtig. Tatsächlich ist das die Lok, die es auch noch gibt und die auch immer wieder im Einsatz ist. Und wir konnten es natürlich nicht bleiben lassen bzw. ist eigentlich schon fast ein Mast, dass man auch die Lok so macht, wie Sie sie heute noch sehr oft sogar im Einsatz sehen können. So, ja, auch die kannst du mal ein Stückchen vielleicht ins Bild fahren. Aber natürlich. So, den Leuten, die jetzt wissen wollen, die es nicht wissen, welches Eisenbahnmuseum ist, es ist das ET-Eisenbahntradition. E.V. heißen die, glaube ich, aus Lengerich. Und diese Maschine hat auch eine ganz besondere Besonderheit, muss man auch dazu sagen. Das ist noch eine Maschine gewesen, die vom Einsatz her mit einer Wendezugsteuerung versehen war. Da fällt mir doch gerade ein, Jürgen, dann können wir doch diese Lok auch ganz hervorragend vor Silberlingen einsetzen. Ganz genau. Die den Hasenkasten vorn dran hatten. Oder hinten, je nachdem, wie man sieht. Ja, richtig. Aber diese Lok kann also auf Ihrer Anlage mit einem Wendezug eingesetzt werden. Ja, das kann sie. Und dafür ist sie auch gemacht. Das ist genau der Witz natürlich, wenn Sie Anlage nach modernem Vorbild haben und ansonsten wirklich nur modernste E-Loks und Diesel-Loks fahren. Dann können Sie sich hier einen Museumszug nachstellen und eben auch mit dem von uns lieferbaren Silberlingzug, entweder mit dem Hasenkasten oder mit dem Karlsruherkopf. Genau. Beide wären da möglich von der Epoche her. Aber die Museumsbahnen fahren letztendlich ja mit allem, was sie irgendwie am Material eben auch haben und kriegen können. Da darf man, glaube ich, ein bisschen der Fantasie freien Lauf lassen, was man da hinhält. Gut, wer natürlich sagt, ich mache jetzt keinen Museumsbetrieb, aber die Lok ist mir gerade richtig, die Loknummer passt, die Lok passt. Ich fahre die jetzt im Regelbetrieb ins Wendezugmaschine. Das ist ja auch jederzeit möglich. Also da Fantasie ist da keine Grenzen gesetzt. Ist ja schließlich eine Epoche-Vier-Maschine. Genau. So, Jürgen, du hast gerade mir das Stichwort gegeben. Was mit Diesellok hast du gesagt? Und dort wollen wir gleich weitermachen. Es gibt natürlich jetzt noch drei Maschinen, die sind jetzt nicht neu, aber die gibt es mit neuen Nummern und als neue Varianten. Die V60, der Klassiker schlechthin der Deutschen Bundesbahn. Ja. Und dann fangen wir gleich mit deiner Ozeanblau-Beigen V60 an, mit der Loknummer 260610 der Deutschen Bundesbahn in Epoche 4. Und diese Lok kommt im Vorbildzustand um 1980 jetzt zu Ihnen ins Bild gefahren. Auch diese Maschine, muss man dazu sagen, es ist eigentlich Holz im Busch getragen immer wieder, kommt voll ausgestattet, was elektronisch möglich ist. Sei es die Rangierkupplungen, die dran sind oder die elektronischen Kupplungen, die funktionieren. Das gleiche ist ja auch jetzt, was wir eben bei den Baureihe 78 Maschinen hatten. Auch die haben eine elektronische Kupplung dran. So viel wie ich weiß, fressen die alles, was an Kupplung möglich ist mittlerweile. Ja, richtig. Also, wenn ich die Kurzkupplung oder nichtmetallische Kupplung oder normale Bügelkupplung, alles kann man mit dieser Lok machen. Und die gleichen Kupplungen finden sich natürlich auch an den Rangiermaschinen wieder. Genau. Also alle im Vorbild als Rangierloks eingesetzten Modelle haben eine digitale Kupplung, die mit allem, was einem Bügel hat, gekuppelt werden kann. Früher war es ein Problem mit den Merkelkupplungen, weil die eben sozusagen magnetisches Material hatten. Das ist aber schon lange jetzt passé. Auch da können wir jetzt sagen, klappt es mit allem. Und die V60 ist immer wieder, ich sage jetzt mal ein Klassiker, ein Brot-und-Butter-Modell bei uns im Sortiment, die eigentlich immer wieder nachgefragt wird in allen möglichen Varianten und Farben. Das hängt einfach wirklich von der Epoche und den Vorlieben der Modellbahner ab. Und so, dass wir jetzt eben bei der Neuproduktion gesagt haben, wir machen neue Betriebsnummern, damit auch die Sammler das BW mit mehreren verschiedenen Nummern ausstatten können. Richtig. Und den Modellbahner, die schon eine Blau-Beige haben mit einer anderen Nummer, jetzt eine zweite mit einer neuen Betriebsnummer laufen lassen können. Genau. Mit größeren Anlagen. So, dann wäre es ja Jürgen Lindner, nicht Jürgen Lindner, wenn er sagt, er bringt noch welche. Und da kommt eine ganz interessante Maschine auf sie zugerollt, das wird alle Franken freuen. Nämlich eine V60114 mit der Nummer. Und da habe ich mich mal schlau belesen, das ist eine Museumslok. Und diese Museumslok, die jetzt ins Bild gefahren kommt, die wurde im Jahre 2004 durch die Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V. von der Deutschen Bahn erworben. Und versieht jetzt auf den Gleisen der Fränkischen Eisenbahn sozusagen ihren Dienst im Museumsbetrieb. Ja, auch da haben wir natürlich versucht, eine Lok zu nehmen, die man auch noch sehen kann. Also man kann sich quasi auf die Suche nach den Vorbildern begeben unserer Loks. Und die auch gern vergleichen. Und wir sind auch sehr sicher, dass sie da nicht große Fehler feststellen werden. Das Besondere an der Lok ist eben, dass es eine moderne Museumslok ist, aber trotzdem in der alten Bedruckung der Epoche 3. Das hat natürlich seinen eigenen Charme, weil die natürlich auch noch das alte DB-Logo drauf hat. Und somit kann ich quasi eine alte Epoche 3-Lackierung vorbildrichtig in eine moderne Anlage rüberbringen. Dank dem, dass die dem Museum dieses Farbkleid eben gegeben haben. Genau. So, und während Jüring jetzt diese Maschine, Ihnen liebe Zuschauer, ins Bild fährt, muss ich Ihnen sagen, da gibt es ja gleich noch eine altrote Maschine sozusagen. Beziehungsweise die ist ja ein purpurrot eigentlich. Fahrtgebung und eine altrote Maschine kommt dann auch gleich hinterher. Auch eine V60 mit Artikelnummer 31 744. Es ist mit der neueren Bezeichnung schon 261 652-2. Also altrote Epoche 4 der Deutschen Bundesbahn bringen wir gleich hinterher. Während die Museumslok jetzt ein bisschen da drängelt da unten am Prellbock. Bringen wir also in dem Maße gleich die andere Lok hinterher. So, und diese altrote Epoche 4-Lock, die 261 652-2, gibt den Vorbildzustand um 1975 wieder. Wo sie also in der Epoche 4 immer zu finden war. Das ist jetzt eine echte Epoche 4-Lock, für die, die eine Epoche 4-Lock eben brauchen und suchen. Ja. Wobei die Basisfarbgebung ist genau wie bei der Museumslok, Frank. Also es sind beide altrot. Okay. Da habe ich mich auch irgendwo... Also die Lackierung in der Epoche 3 und 4 wurde nicht geändert. Okay. Ich weiß, dass du als ein Fan der purpurroten Lackierung bist, aber bei der V60 ist in dem Fall nicht richtig. Dann haben wir sie beide da stehen. Einmal die Museumsmaschine und einmal die 261 652-2 in altroter Lackierung. Die eine ist im Jahr 2004 an die Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V. gegangen. Und die andere ist um 1975 auf den Gleisen der DB rumgerollt. Genau. Und auch für diese Loks gilt natürlich, weil sie ein Rerun sind, die sind alle lieferbar ab Werk. Das ist ja auch immer ein Punkt gewesen, den man immer so kritisiert hatte. Wir stellen was vor und dann gibt es das Zeug nicht. Ja, wir haben das ja vor einigen Jahren Gott sei Dank zu unserem Vortest umgestellt. Für uns funktioniert das sehr gut, dass wir die Neuheiten erst dann vorstellen, wenn sie wirklich entweder schon im Lager sind oder zumindest schwimmen. Oder zumindest wir wissen, dass sie in den nächsten vier bis fünf Wochen eben da sind. Und das hat den Vorteil, dass die Leute, wenn sie es eben mitkriegen, wie jetzt bei dem Video, hoffentlich dann zum Händler gehen und sich dann das Modell auch gleich bestellen und beschaffen können. Und nicht ewig warten müssen, bis es dann wirklich mal da ist. Wobei es einen kleinen Wermutstropfen gibt, den wir Ihnen heute noch einschenken müssen. Aber es ist nur ein ganz kleiner Tropfen, kann ich Ihnen versprechen. Dazu kommen wir gleich zu sprechen. Nachdem wir nur noch ein bisschen aufgeräumt haben auf unserem kleinen Vorführ-Diorama. Es ist ein ziemlich zu klein. Ja, ich muss zugeben, für die Fülle an Neuheiten, die wir dieses Jahr haben im Frühjahr, kommt es an die Grenze. 15 Loks sind wirklich die Grenze. Aber das wollen wir Ihnen ja nicht vorenthalten, denn Sie sollen ja auch schon jetzt sehen, was Sie da erwerben können und wollen und sich schon ein bisschen daran erfreuen und Ihr Lieblings-Lok dabei raussuchen. Eine Lieblings-Lok. Ich bin jetzt Fan der Schweizer Bahnen. Hatten wir ja voriges Jahr gedreht, im Herbst. Sie können sich alle sicherlich noch daran erinnern. Hilfe, ich habe eine Lok geschrumpft. Tja, egal was ich anfasse, es verschwindet. Gott sei Dank taucht alles wieder auf. Es taucht alles wieder auf. Wir hatten Glück. Puh. An dieser Stelle auch an Roland Ravelli nochmal liebe Grüße aus dem Studio. Wir fanden es toll, dass er es mitgemacht hat, diesen Spaß, den wir da gemacht haben. Ja, welche Lok kommt jetzt? Das ist natürlich eine AE66. Der Lok-Klassiker in der Schweiz generell. Und es ist eine sogenannte, wie sagt man, Kantons-Lok. Waren sie ja alle die AE66? Die hatten ja alle an der Seite dieses Wappen dem Kanton gewidmet, wo sie eingesetzt war. Natürlich, wo sie beheimatet war. Die sind natürlich dann schon schweizweit unterwegs gewesen. So, dann fangen wir nämlich gleich an mit einer Ur-Lok. Die nennt sich URI, die Lok Nummer 11402 der SBB in Dunkelgrün Epoche 4. Genau, diese Lok ist natürlich ein Klassiker, weil sie eben auch vorbildrichtig alle Änderungen hat. Und mit diesem Chromstreifen natürlich auch eine besondere Optik hat. Und es konnte man fast schon erahnen, als wir im Herbst gedreht haben und die ersten beiden Varianten vorgestellt hatten, dass das nicht die einzigen bleiben werden. Sodass wir jetzt eben mit diesen Neuheiten die anderen drei noch fehlenden Varianten nachgeschoben haben. Das ist ja fast wie bei der BA 78. Ich sage, du hast die Lok gebracht und dann kam schon, oh, da muss aber noch und so weiter. Das kommt immer nur von dir, Frank. So, bei den Schweizer Maschinen ist das natürlich auch passiert. Ich habe es geahnt, weil es wirklich eine, auch wenn man davor steht, die müssen unbedingt mal nach Bruck fahren, ins Eisenbahnmuseum. Da steht ja eine. Es ist eine unglaublich faszinierende Lok. Und wenn die so schön geputzt sind, liebe geputzte Loks, würde ich sagen, fahren wir die Uri mal ins Bild. Ja, das können wir natürlich gerne tun. Sie kommt im Vorbildzustand um 1979, liebe Freunde. Es ist eine Epoche Vier-Lok in Dunkelgrün. Und ich finde, in dem Dunkelgrün sieht die besonders elegant aus, auch mit diesem Zierstreifen, mit der Bedruckung, mit der erhabenen Bedruckung. Sie fährt hoch. Es braucht alles seine Zeit. Jetzt pumpen wir erst mal Luft. Jetzt pumpen wir erst mal Luft. Tja. Eisenbahnbetrieb ist natürlich bei uns sehr vorbildgerecht. Das Eisenbahnbetrieb ist sehr vorbildgerecht. Können wir noch ein bisschen was zur Lok sagen? Sie ist natürlich sehr massiv, sehr schwer. Ja. Ja, muss man mal dazu sagen. Jetzt kommt sie. Jetzt haben wir mal die Bremsen gelöst. Ist das Messing-Fahrwerk, Metallräder? Also es ist... Ups. Da haben wir gleich einen Eisenbahnunfall hier. Aber wir fahren jetzt einfach mal weiter. Gut. Und drehen das vielleicht später nach. Reicht. Sehr schön. So, zu dieser Lok gibt es natürlich ein bisschen was zu sagen noch, zu dem Modell. Auch bei dem Modell ist es so wie bei den anderen, die Jürgen auf den Markt bringt. Sie sind technisch ausgereift und voll ausgestattet. Und was den meisten auch immer fasziniert, ist der Pantograph, der sich hebt und senkt. Ja, das gehört bei uns natürlich bei den E-Loks zum Standard, dass wir die servogesteuerten Pantographen haben, die sich einzeln mit jeder, also jede Funktionstaste einzeln schalten lässt. Sehr schön. Mit einem Servo drin. Die Loks selber sind vollständig aus Metall bis aufs Dach. Das ist aus Kunststoff. Ja. Wir haben Speichenräder aus Zinkdruckguss. Ja. Damit haben wir auch ein gewisses Gewicht. Was bei den Leuten eigentlich sehr gut angekommen ist, ist neben der ganzen Ausstattung der Durchblick durch die Maschinenraumfenster. Ja. Wir haben ja auch den Maschinenraum ziemlich aufwendig ausgestaltet, sodass man komplett durchgucken kann. Das geht natürlich jetzt auch für die URI. So, und da haben wir auch noch ein wunderschönes Bild vorbereitet von den Dachaufbauten dieser Lok. Da haben wir zwei verschiedene Typen stehen. Die URI hat ja ein dunkles Dach, so wie wir sie ja auch im Bild sehen. Im Kontrast sieht man also die vorbildgerechten Isolatoren und Stromzuleitungen. Das sieht wirklich sehr filigran aus und auch die Stromabnehmer oder Pantographen. Also ich bin mal gerügt worden, Pantograph sagt man nicht, das heißt Stromabnehmer, sind natürlich auch an der Stelle sehr gelungen. Und das sieht man auch an diesem Bild sehr deutlich, dass also bei einer zweiten Maschine mit einem etwas silbergrauen Dach unterwegs ist. Auch das wurde berücksichtigt bei den Maschinen. Und diese Lok, die mit diesem silbergrauen Dach zum Beispiel unterwegs ist, man sieht auch eine etwas andere Konstruktion da oben, schon geändert, beziehungsweise nicht geändert, das ist die Urversion gewesen, denn ich muss jetzt sagen, die URI ist ja eigentlich eine Umgebaute. Da sind an beiden Führerständen rechts und links Türen gewesen, bei der URI nicht, aber bei der Lok, die jetzt kommt. Da ist es so gewesen, nämlich mit der Artikelnummer 31531, die AE66 mit der Loknummer 11401-1 Ticino. Genau, Ticino heißt der T7 und die Lok ist tatsächlich noch in der Ursprungsausführung. Lassen wir jetzt vielleicht erstmal ins Bild fahren. Genau, das machen wir gleich. Hier kommt auch in Dunkelgrün, ist eine Epoche 3 Maschine und ist der Vorbildzustand um 1954. Das heißt also, es ist tatsächlich eine Maschine, die frisch damals aus der anlaufenden Produktion sozusagen kommt. Denn diese Maschinen, das muss man ja auch mal dazu sagen, sind zwischen 1952 und 1966 gebaut worden. Insgesamt waren es 120 Loks. So, und jetzt habe ich noch den Auftrag an Jürgen. Es gibt 25 Schweizer Kantone. Er lacht. Okay. Und es gibt auch noch Städteloks. Ja, es gibt auch noch Städteloks, aber wir hatten es ja mit der Kantons-Lok. Da ist zum Beispiel eine Maschine noch zu sehen, oder so wie sie jetzt hier kommt, wo wir das also auch ganz herzlich sehen, was wir eben besprochen haben. Einmal das silbergraue Dach. Jürgen hat auch die Maschinenraumbeleuchtung mal angemacht, dass wir also auch sehen können, dass man durch diesen Maschinenraum, durch diesen Nachgebildeten durchschauen kann. Und Sie sehen auch hier, beziehungsweise sehen die andere Seite nicht, aber ich sehe sie, dass tatsächlich an beiden Führerständen auch die Türen da sind. Genau, das ist wirklich das Besondere an der Ticino, dass die ursprüngliche Viertürausführung eben noch ist, was natürlich eine komplett andere Form nötig machte, also eine ziemlich umfangreiche Formänderung. Aber wir wollten natürlich auch unbedingt die Ursprungsausführung bringen, weil die natürlich auch ihre Fans hat. Und später wurden eben diese Türen dann zugeschweißt. Aber so ist sie eben anfangs rumgefahren. Und auch so hat sie natürlich dann ein ESO-Modell verdient. Und das denke ich aber auch. Sie können sich natürlich darauf verlassen, liebe Freunde, dass Sie auch alle Loks, alle vorgestellten Loks hier die gleiche technische Ausstattung haben. Genau. Das ist eine Engineering Edition sozusagen. Bei uns gibt es ja nichts anderes. Das ist alles Engineering Edition bei ESO. Ich hätte jetzt gerade gesagt Hobby-Ausführung, aber ich glaube, das gibt es bei dir nicht. Nein, weil wir aus dem Digitalbereich kommen, glauben wir daran, dass wir voll ausgestattete Funktionsloks sozusagen Ihnen anbieten wollen. Einfach aus dem Grund, weil das ist unsere DNA. Wir kommen aus der Spiele- und Funktionswelt. Und letztendlich ist es auch so, man muss da ehrlicherweise dazu sagen, wenn Sie nur eine Lok ohne Funktion haben wollen würden, dann gibt es ja auch andere Anbieter auf dem Markt. Jetzt nicht unbedingt von jedem unserer Modelle, aber grundsätzlich sind ja wir nicht die einzigen Modellbahnhersteller. Es soll ja wohl auch noch ein paar andere geben. Und die haben natürlich dann auch einen anderen Ansatz. Aber wir als kleine Firma haben uns natürlich diesen Funktionsmodellen verschrieben. und ich muss natürlich auch dazu sagen, gerade auf Messen kommt das natürlich gut an. Also auch, das wirkt natürlich ganz anders wie ein rein leises Modell als Beispiel. Ohne Sound wird es bei uns sowieso nie geben als Lok-Sound-Erfinder. Das käme für uns gar nicht in Frage. Da hast du sehr wahre Worte gesprochen an der Stelle. Es gibt ja auch verschiedene Automarken. Ich meine, man kann ja nicht sein, dass jeder ein Mercedes fährt. Das würde ich also gar nicht begrüßen. Es gibt ja auch noch Audi und BMW und Tesla. Muss man an der Stelle dazu sagen. Jetzt gibt es gleich das Gelächter im Studio, aber derjenige, der das weiß. Aber es ist schon richtig. Also wir bekennen uns auch zur Vielfalt in der Modellbahn. Und ich glaube, dass jeder Hersteller eben auch seinen Punkt im Markt findet. Und solange das einigermaßen fair sich abspielt, kann man das auch in gewisser Weise sportlich sehen. Und Sie, liebe Modellbahner, profitieren ja davon. Auch wenn der eine oder andere immer wieder sagt, Doppelentwicklung, wieso gibt es jetzt alles plötzlich von dem und jenem noch. Das ist teilweise schon richtig, dass es einerseits schade ist. Auf der anderen Seite gibt es Ihnen aber auch die Möglichkeit zu wählen. Also wo kämen wir da hin, wenn Sie wirklich nur noch von einem Hersteller irgendwas kaufen müssten, weil es nur von dem gäbe. Genau. Und das ist der Punkt. Das lese ich immer wieder auch hin vor. Und das möchte ich auch mal an der Stelle kommentieren. Man könnte es auch mal positiv sehen und sagen, seien Sie froh, dass es so viele gibt. Die Befürchtungen, dass vielleicht bei Doppelentwicklungen dann irgendwann das so wird, dass man sich aus dem Markt drängt, die ist natürlich berechtigt. Und die Modellbahner denken ja manchmal sehr strategisch und sagen, wenn es das nur von dem gäbe und dann für ein anderes Modell von dem anderen, wäre es insgesamt von der Auswahl für uns besser. Das ist erst mal richtig gedacht, aber nicht zwingend unbedingt richtig, weil die einzelnen Kalkulationen und letztendlich, wie die Modellbahnhersteller rechnen, auch sehr unterschiedlich sind. Es würde uns natürlich grundsätzlich eilen, ich glaube, das spreche ich für alle meine Kollegen am meisten nutzen, wenn die Loks, die wir anbieten, auch zahlreich gekauft würden und nicht sofort wegen der jeden Kleinigkeit im Internet zerrissen werden würden. Das würde uns am Endeffekt wahrscheinlich mehr bringen, weil kein Produkt, was auf den Markt kommt, ist perfekt. Wir machen Modellbahnen, das sind 1 zu 87 Nachbildungen mit gewissen Kompromissen, die wir natürlich auch machen müssen. Sei es, weil das Gleismaterial eben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, weil es vielleicht auch Steigungen gibt, die im Original nicht vorhanden sind, weil es Kurvenradien gibt, die im Original nicht vorhanden sind, weil es gewisse Steuerungen und so weiter gibt, die wir berücksichtigen müssen und letztendlich auch, weil ihre Finger natürlich auch nicht 1 zu 87 verkleinert sind, sondern sie müssen die Loks auch noch greifen können. Also man muss dann schon auch sagen, wir machen es so gut, wie wir es können und ich glaube, wir machen es alle nicht schlecht, wenn man so sieht, wie sich das Niveau der Modellbahn auch verbessert hat über die Jahre, aber irgendwo den einen oder anderen Kompromiss werden wir immer gehen müssen, einfach, um das Ganze auch betriebstauglich zu halten. Also ich glaube, was Jürgen jetzt gesagt hat, liebe Freunde, spricht vielen aus dem Herzen. Es wird immer Modellbahner geben, die alles besser wissen. Das ist wie beim Fußballspiel. Plötzlich sind vor allem Schiedsrichter und wissen alle besser, wie das hätte gepippt werden. Oder Bundestrainer. Oder Bundestrainer und so weiter. Ich glaube, mit ein bisschen Augenzwinkern und in sich selbst reinblicken, können Sie dem durchaus zustimmen, was Jürgen hier gesagt hat. Und weil ich gerade zustimmen sagte, gebe ich mir doch gerade wieder das Stichwort. Sie wissen, wer Modellbahner ist und Modellbahn liebt und eine Modellbahnzeitschrift hat, wie zum Beispiel die Miba oder den Modelleisenbahner. Es finden ja gerade wieder die Umfragen statt für das Goldene Gleis. Und ich fordere Sie jetzt auf, liebe Freunde. Stimmen Sie für die vorgeschlagene Lok für die AE66 für das Goldene Gleis. Darf man das machen? Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, das war jetzt nicht abgesprochen, Frank. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie unseren Loks in Ihre Stimme geben würden. Aber nur natürlich als Überzeugung keineswegs, weil der Frank Sie dazu aufgefordert hat. Naja, wir müssen es ja mal ansprechen. Also ich sage mal so, ich habe da zwei Seelen in der Brust. Es gibt eine Maschine aus dem BW Stralsund, die es genauso verdient hätte wie die AE66 und auch viele andere Maschinen, die hier noch auf Sie drauf zukommen. Man wüsste jetzt gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Aber ich bleibe mal bei der AE66 und aus Solidarität zur Schweiz. Die Maschine hat es verdient. Die ist wirklich eine Augenweite. Dankeschön. So, dann kommen wir natürlich noch zu noch einer Maschine, liebe Freunde. Das sind ja nur zwei gewesen. Wir haben noch eine dritte Neuheit. Da würde ich sagen, die Ticciano, fährst du bitte Ciccino? Ticcino. Dein Italienisch ist noch verbesserungswürdig, liebe Freunde. Ja, ich muss noch ein bisschen italienisch pauken. Fahren wir mal ein bisschen aus dem Bild, liebe Freunde. Und während Jürgen das versucht zu bewerkstelligen, gibt es natürlich noch eine Maschine. Eine auch sehr bekannte. Allerdings ist die aus dem Vorbildzustand von 1997. Und die hat nun gar nichts mit den schönen, eleganten, grünen Lackierungen zu tun. Die kommt in Rot daher. Ja, das ist die Klarus, die dann später in Rot lackiert wurde. Wobei ich aber sagen muss, auch diese Farbgebung steht der Lok eigentlich sehr gut. Meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Und vielleicht auch ein bisschen Lokalpatriotismus, beziehungsweise was man vielleicht schon mal gesehen hat. Ich darf an der Stelle sagen, wir haben die schon auch gut verkauft. Also es ist nicht so, dass die Leute nur die Grünen wollen. Und das freut mich persönlich sehr, weil ich mag es immer, wenn es ein bisschen bunt auf der Anlage ist. Das ist richtig. Es ist ja auch klar, jede Epoche hat im Fortschritt ihre Zeit, ihre Farbgebung. Es wurde ja viel mit Farben experimentiert. Ich denke daran, was die Deutsche Bundesbahn damals schon gemacht hat, die Popwagen. Und dann gab es dann diese Papageien und das gab alles Mögliche. Dann waren sie mal blau, dann waren sie mal grün. Die Wagen, es hat sich natürlich auch entsprechend fortentwickelt. Wobei, wie gesagt, von der Eleganz her stimme ich entgegen dem Jürgen für die grünen Maschinen, weil ich finde, die sehen sehr elegant aus. Das Rot ist schon etwas postmoderner. Das geht dann schon in die Farbgebung rein, die wir eigentlich von der Schweiz kennen. Ja, das ist wohl wahr. Aber jedem Tierchen, seinem Pläsierchen sage ich immer, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Alle drei Maschinen sind natürlich, wie gesagt, fantastisch, von ESO entwickelt und auch gebaut worden. Ich hatte angesprochen, wie viele Kantone gibt es? 25? Also natürlich, die AS66 bietet durchaus noch Raum für weitere Loks. Ja. Die Entwicklung war sehr aufwendig und damit natürlich auch nicht preiswert. Wir haben jetzt diese fünf Varianten eben auf dem Markt, wobei die zwei ersten Varianten, die wir im November angekündigt hatten, aktuell gerade ausverkauft sind. Sie werden aber wieder kommen, also keine Sorge. Die roten Loks haben wir bereits im Lager und liefern sie auch schon aus. Die von dir so geschätzten und geliebten grünen Loks schwimmen im Moment, wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, dank der politischen Großwetterlage rund um die Huthi-Rebellen. Hat sich das alles um etwa vier Wochen verzögert. Da geht es ums Kap der guten Hoffnung und da haben wir Hoffnung. Richtig, also da sind sie jetzt in dem Fall sogar schon rum. Ich kann das Containerschiff immer tracken. Die sollen jetzt der nächste Woche in Rotterdam anlanden und dann kann es eigentlich nur noch am Zoll beziehungsweise irgendwann Streiks im Transportgewerbe liegen. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir die innerhalb der nächsten, ja von jetzt, ich würde mal sagen, Mitte März ausliefern werden. Also ich sage Ihnen, liebe Freunde, nehmen Sie es sportlich wie Jürgen. Wir machen unseren Spaß drüber. Es ist aber so, wir können es eh nicht ändern und man sollte es auch so auch an der Stelle etwas... Tatsächlich erwundert es mich immer wieder. Wir sind ja in der Modellbau, eigentlich ein Hobby-Bereich, aber wenn Sie in der Zeitung oder im Internet oder im Fernsehen irgendwelche politischen Krisen lesen, können Sie fast davon ausgehen, dass wir als Modellbahnhersteller irgendwie betroffen sind. Seien es Chip-Krise oder jetzt eben diese Rebellen oder was weiß ich was alles war und Logistik-Krise. Es ist schon manchmal sehr schwierig, auch alles irgendwie am Laufen zu halten und Ihnen auch noch zu erklären, warum irgendwas dann doch wieder später kommt, als ursprünglich geplant. Wir können es tatsächlich nicht ändern, das stimmt. All die Weile natürlich, wir auch alle nicht vom Warten und vom Däumchen drehen leben können und das ist ja auch nicht unser Ziel als Wirtschaftsunternehmen und es bringt Ihnen als Modellbahner natürlich auch nichts, wenn wir außer Kataloge nichts auf die Reihe bringen. Also wir wollen doch schon, dass wir was ausliefern. Genau. Und wir arbeiten ja mit Hochdruck dann, wie Sie hier sehen. So, mit Hochdruck hat er auch an einer folgenden Maschine gearbeitet, die ebenfalls aus der Schweiz kommt, eine G1000, die ist ja allgemein bekannt. Ja, die kommt zwar nicht aus der Schweiz, aber ist in die Schweiz geliefert worden. In die Schweiz geliefert worden. So muss man es korrekterweise natürlich sagen. Ich habe es jetzt so gesehen, weil sie eine Schweizer Bedruckung hat, dass sie aus der Schweiz beheimatet ist. Ja. Die bekannte Cargo-Bedruckung, die gab es doch auch, glaube ich, bei der AE66, oder? Ja, richtig. Die SBB-Cargo-Bedruckung war ja die, mit der wir letztes Jahr auch angefangen haben bei der AE66. Ich muss gestehen, eine meiner Lieblingslackierungen, ich mag das irgendwie mit diesem Cargo drauf, aber das ist natürlich Geschmackssache. Und bei der G1000 hatten wir die Cargo-Variante schon mal und haben sie jetzt bei der Neuauflage mit einer neuen Betriebsnummer gemacht. Okay. Sodass auch hier der Sammler die Chance hat, eine zweite Lok zu kriegen, die er halt dann gleichzeitig im Einsatz haben kann mit unterschiedlichen. Dann mache ich das jetzt mal ganz schnöde. Ich nehme jetzt die rote AE66 einfach mal vom Gleis, damit du die Cargo-Rote nachschieben kannst. Gerne. Ja. So, jetzt kommt mal Diesel-Sound. Genau, mal wieder. Also die G1000 ist ein bisschen anders ausgestattet als die anderen ESOLOX. Sie ist natürlich auch aus Vollmetall und hat die Rangierkupplung, hat aber keinen Rauchgenerator, was daran liegt, dass das eine Kooperation mit Jägendorfer Collection eben ist und wir an dem Werkzeugsatz leider keinen Rauchgenerator unterbringen konnten. Aber die sonstige Ausstattung entspricht voll dem ESO-Standard. Er hat mit Bremslichtflacker, mit Kurvensensor, mit Powerpack, mit, wie Sie sehen, Innenraumbeleuchtung, also, ja, Kabinienbeleuchtung und den Lokführer drin. Wollte ich gerade sagen, wie in allen Maschinen, Personal wird mitgeliefert. Sie müssen also keine Gedanken machen. Ja, zumindest bei den Diesel- und E-Loks, bei den Dampfloks müssen Sie selber Hand anlegen. Ja, genau. So, diese Maschine hat, wie schon gesagt, eine andere Betriebsnummer, aber ansonsten ist sie identisch mit dem Vorgängermodell, was bereits ausgeliefert war. Wir wollten Sie hier bloß noch einmal erwähnen, weil viele immer fragen, was ist da der Unterschied? Die Betriebsnummer. Ansonsten gibt es keinen. Also, wer eine andere Betriebsnummer noch haben möchte, kann die natürlich dann auch erwerben. Die Lok ist lieferbar. Ja, ist im Lager. Ja, jetzt haben wir ja so viele rote Loks, aber es ist noch nicht zu Ende, liebe Freunde. Jetzt komme ich zu diesem klitzekleinen Wermutstropfen. Wir fahren erst mal die rote rein, würde ich sagen. Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt erst mal. Es kommt, ja, wie soll ich sagen, zur Sprache, zum Vorstellen, die E03. Die Lieblings-Lok vieler Modellbahner, Eisenbahnfreunde, Eisenbahnfans, würde ich sagen, in fast der ganzen Welt. Es ist eine der gelungensten Formen, an E-Lokomotiven, die die Deutsche Bundesbahn aufs Gleis gesetzt hat. Über die Farbgebung lässt sich streiten. Aber der Sound ist irre. Es hat eine E103 und ein originaler Loksan 5-Decoder drin. Genau. So, das ist die zweite Generation, liebe Freunde. Man sieht es auch an den Lüftern. Also nicht mehr die Vorserien-Loks, sondern... Richtig, das ist die Serienvariante. Die Serienvariante, weil, aufgrund der hohen Leistung, ist auch erhöht Kühlluft notwendig, denn die hat ja wirklich spät gemacht, diese Maschine. Ich habe sie noch erleben dürfen. 1985 in der TE-Lackierung in einem schönen IC-Intercity-Zug von Frankfurt nach Stuttgart. Es war schon unglaubliches Erlebnis mitzufahren, mit welchem Tempo, die auf dieser Strecke da unterwegs war, was man sich heute manchmal wünscht. Aber diese Lokomotive ist wirklich die Maschine der Maschinen. Genau. Die E-103 ist ja sozusagen der Lackmustest für E, so sage ich immer. Weil wir hatten ja die Lok vor Jahren schon vorgestellt und haben aufgrund technischer Probleme, ich glaube, fast sechs Jahre gebraucht, die vergingen zwischen Ankündigung und Auslieferung. Und dann kam die Maschine und dann war sie auch wieder weg. Genau. Das war natürlich dann das Dilemma, weil es haben noch nicht mal alle welche gekriegt. Und teilweise sind dann auch gebrauchte Loks oder Loks, die sozusagen aufbewahrt wurden, bei Ebay für horrende Summen verkauft worden. Und wir haben von Anfang an natürlich versucht zu gucken, dass wir die Lok nochmal auflegen können. Es war am Anfang nicht ganz klar, ob uns das gelingt. Das hat was mit Fertigungsstrukturen und Werkfragestellungen in China zu tun, wo die Loks daherkommen. Es ist uns gelungen, eine Zweitauflage eben dort in Auftrag zu geben. Und wir haben auch gleich jetzt im Prinzip ein paar kleine technische Änderungen vorgenommen unter dem Blech. Sie sieht man von außen nicht die Änderungen, die aber letztendlich uns die Fertigung noch ein bisschen leichter machen und auch später die Reparatur. Also das Ganze wurde jetzt quasi, man würde ein Facelift sagen beim Auto, aber das Facelift sieht man eigentlich. Bei uns würde man eher sagen, wir haben die Innereien ein bisschen anders sortiert. Muss sie nicht interessieren, aber für uns ist es eben wichtig, so dass wir jetzt sagen können, wir haben jetzt die E103 in allen drei wichtigen Varianten wieder neu angekündigt. Die in TE-farbene Serienausführung mit den zwei Lüfterbändern, die man hier sieht, aber natürlich auch die beigefarbene TE-Lackierung sowohl in der Serienausführung mit zwei Bändern als auch in der Vor-Serienausführung mit anderen Betriebsnummern werden wieder kommen. So. Damit die langen Gesichter nicht ganz so lang sind, muss ich sagen, weil ich habe ja auch bei manchen Gesprächen von Modellbahnern gehört, die gesagt haben, die E103 ist eigentlich eine super Lok, aber die Lackierung ist, das Wort erspare ich mir jetzt, manche finden die unmöglich mit dem weißen Latz und mit dem Rot, die sagen, da ist der Charakter der Maschine weg, die sah eigentlich beigefarben und mit dem altroten Band untenrum die klassische TE-Lackierung eigentlich am besten aus. Das ist natürlich wie immer eine Geschmacksfrage, aber natürlich, die TE-Lackierung ist schon auch eine, die deutlich nachgefragt wird. Der Wermutstropfen, von dem der Frank hier spricht, ist, dass ich jetzt heute im Video nur die rote zeigen kann. Das hat, schönen Gruß an Leipzig, ich an den DHL Airhub an dieser Stelle, der es leider geschafft hat, die Muster-Loks, die wir, was heißt Muster-Loks, die Serien-Loks, die wir vorab für den Videodreh hätten kommen lassen wollen, die hängen im Moment beim deutschen Zoll, also DHL kann nichts dafür, aber der Zoll ist leider im Moment nicht in der Lage, mir das Paket zuzustellen, kein Mensch weiß wann und somit hat es für heute auch nicht gereicht. Die Loks an sich, die Serienfertigung, die schwimmt ebenfalls, ist schon am Kap der guten Hoffnung sozusagen vorbei und wird genauso wie die AE66 in einem Container nächste Woche in Rotterdam anlanden. Ich sage Ihnen jetzt nicht die Containernummer, nicht, dass der noch verschwindet. Die Loks sind produziert mit dem gleichen technischen Standard, wie sie schon mal da waren, bloß eben jetzt eben die anderen Betriebsnummern. Das heißt, jeder, der sich eine ESO E103 wünscht, sollte jetzt auch in den Genuss kommen können, ohne dass er irgendwie, ich sage jetzt mal, auf dem Zweitmarkt oder irgendwo sich eindecken muss. Ja, also für die Epoche 6 Freunde beziehungsweise Epoche 5 Freunde, die Lok ist da in der Lackierung. Die können also jetzt schon zuschlagen, die Maschine ist lieferbar und das, was Jürgen eben sagte, die in der TE-Lackierung, die heute eigentlich schon zum Teil da sein sollten, sind also noch beim Zoll. Ja, was wollen wir da machen? Aber in den nächsten 14 Tagen, denke ich mal, dürfte dieses Problem auch bereinigt sein. Natürlich, also es hat, irgendwann werden auch die, werden die tätig werden. Auf jeden Fall, alle Loks haben natürlich wieder den gleichen gewohnten ESO-Standard. Wir haben die zwei Pantographen, die man natürlich individuell heben und senken kann, wobei der eben einen Einholmen-Pantograph hat, der eine ganz andere Bewegungsmimik eben auch aufweist, wie der Scherenpanto. Wir haben den Kurvensensor, die Bremslichtflacken, die gesamte Innenraumbeleuchtung mit drin. Wir haben einen Hochleistungsmotor drin, also an der Lok fehlt eigentlich nichts. Und der hat auch eine ordentliche Zugkraft, so wie es für die E-MT-E-Lok eben auch gehört. Genau. So, dann werden wir eigentlich mit den Lokomotiven durch. Ja, eine ganze Menge Holz sind es für den Frühjahr. Wie man allerdings sieht, es sind sehr viele Formvarianten mit dabei, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass das schlecht ist. Nö. Und das Jahr hat ja auch erst noch angefangen. Es gibt ja noch die Sommerneuheit, die Herbstneuheit, die Winterneuheit, die Weihnachtsneuheit, egal wie wir es nennen. Also ganz inflationär, lieber Frank, werden wir es nicht halten. Wir wollen ja, also wir sind jetzt nicht so, dass wir jede Woche sie mit irgendwelchen Neuheiten sozusagen überfordern wollen, aber tatsächlich haben wir schon auch noch ein paar Formneuheiten zusätzlich, das kann ich an der Stelle schon verraten, im Köcher. Und da gilt natürlich, wenn alles fertig ist und produziert ist, dann werden wir zu gegebener Zeit darüber sprechen, Frank. Jetzt hat er mir wieder das aus dem Mund genommen, liebe Freunde. Ich muss mich jetzt mal hier beschweren, bevor die Frage kommt, was kommt denn noch? So, man ist ja schon jede Menge. Die Frage ist eigentlich doof, zu fragen, wenn Neuheiten vorgestellt sind, zu fragen, was kommt als nächstes. Ich finde, das ist schon mal ganz toll und wird die Freunde finden. Deswegen das Statement jetzt von ihm, damit er mir sozusagen die Frage aus dem Mund genommen hat. Richtig. Weil die würde ja ansonsten wieder kommen von dir. Aber lange Rede, kurzer Unsinn. Wir arbeiten natürlich an vielen Sachen. Die Lieferbarkeit hat sich deutlich verbessert, auch mehr, da wir gewisse Aktivitäten eben in Asien da ein bisschen umgesteuert haben. Wichtig ist uns halt, dass die Qualität stimmt und auch die Technik stimmt. Und erst, wenn wir da überzeugt sind, gehen die Sachen eben auch raus und werden dann angekündigt. Aber bis dahin muss ich sagen, sind das jetzt alles Modelle, die wirklich auch nachgefragt wurden von den Modellbahnen, sodass wir da auch denken, dass wir da auch die Lücken eben schließen. Und letztendlich geht es ja darum, dass jeder das kriegt, was er sich auch für seine Anlage braucht und wünscht. Genau. So, dann haben wir natürlich noch, was hinten dran zu hängen ist. Wir haben also noch, oder Jürgen hat uns noch zwei Wagen mit ins Studio gebracht, der CFL. Genau. Wir haben ja die Silberlinge, die du ja vorhin schon erwähnt hast, als Wendezug für die T18. Die haben wir ja auch neu angekündigt, letztes Jahr. Ja. Die Produktion derselben ist jetzt endlich abgeschlossen. Wir haben in allen möglichen Varianten, die wir da neu produzieren lassen. Und das Schlimme an diesen Silberlingen ist ja eigentlich, oder auch das Schöne für Sie, die sehen ja alle anders aus. Die Dacheinteilung, also die Fenstereinteilung, ist eine andere. Die Dächle sind anders. Die Steuerwagenköpfe sind andere. Und ich möchte sie mir mit eigentlich auch auf dem Laufenden halten, dass die Produktion jetzt durch ist. Wir werden auch die bis Ende März anfangen zu liefern. Und zwar kommen die auch in zwei Paketen, in zwei Schwungen, wie wir so schön sagen. Der erste Schwung kommt Ende März und der zweite Schwung Mitte Mai. Und damit haben wir auch die alle wieder lieferbar. Und plus die, die es noch nicht gab. Und stellvertretend habe ich jetzt mal die CFL-Varianten mitgebracht, die eben auch schon fertig sind. Nur um auch den ungläubigen Thomassen sozusagen zu zeigen, dass das jetzt nicht alles nur irgendwie leere Worte sind, sondern dass wir schon auch daran arbeiten an den Sachen. Ja, klar. Und wie gesagt, wir wollen natürlich offen kommunizieren. Die Produktion war nicht leicht. Wir haben das Werkzeug in eine andere Fabrik verschieben müssen. Das hat zu einer kleineren Verzögerung geführt. Aber ich bin mit der Qualität super zufrieden. Und ich glaube, das werden Sie dann später auch sehen, wenn Sie die Wagen aus der Neuauflage dann im Laden sehen werden. Oder auf einer der vielen Messen, auf die wir noch gehen werden dieses Jahr. Ja, ganz klar. So, liebe Freunde, da verweise ich Sie auch noch einmal auf meine Sendung Freitalk. Das ist ja dann auch immer, die ich freitags mache fürs Wochenende, für die Modellbahner, zum Mitnehmen, zum Nachdenken. Sie erfahren auch in dieser Sendung, wenn das ein oder andere Stück dann tatsächlich lieferbar ist, Jürgen wird es mir dann sagen, und dann kriegen Sie aus erster Hand auch von mir sofort wieder geliefert, was es Neues aus der Modellbahnbranche gibt. Ja, es gibt natürlich noch was, ja. Ja, genau. Jetzt sind wir natürlich da, wo ich als ESU natürlich auch herkomme. Als Elektroniker. Als Electronic Solutions Ulm möchte ich dieses Jahr auch sagen, dass wir, nachdem die Chipkrise jetzt beendet ist, endlich auch mal wieder ein paar Neuheiten im Digitalbereich vorbereitet haben. Ja, ich halte das mal in die Kamera. Da gibt es zuerstens zu erwähnen unsere bewährte ECOS-Commandstation, also unsere Digitalzentrale, ist mit einer überarbeiteten Form jetzt endlich lieferbar. Da haben schon viele gefragt, was ist jetzt da der Unterschied zur bisherigen ECOS? Ändert sich groß was oder ändert sich nicht groß was? Es ändert sich ein bisschen was unter der Haube und in der Technik, aber nicht in der Bedienung und im Funktionsumfang. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es ändert sich auch am Preis nichts. Also das ist die gute Nachricht für Sie. Was haben wir an der ECOS verändert zum Vorgängermodell? Was man sieht ist, wir haben einen neuen Touchscreen eingebaut. Das heißt, Sie brauchen keinen Stift mehr zur Bedienung, sondern Sie können jetzt so, wie Sie es von Ihrem Mobiltelefon gewohnt sind, direkt mit dem Finger letztendlich den Touchscreen bedienen. Das muss ich sagen, macht schon erheblich was aus in der Bedienung, hätte ich so gar nicht gedacht. Aber es macht dann durchaus ein bisschen mehr Spaß. Dadurch wird auch der Bildschirm ein bisschen heller für die Leute, die immer gern was das Ganze hell haben. Macht es eigentlich ein bisschen flüssiger von der Bedienung. Man erkennt die jetzt eigentlich daran, die ECOS, dass der Touchscreen eben so einen schwarzen Rand hat. Damit kann man es eigentlich relativ schnell von der bisherigen unterscheiden. Der zweite Unterschied, den es gibt, ist, die ECOS hat keine Batterien mehr. Früher hatten wir ja so ein Batteriefach unten drin. Tatsächlich gibt es das Batteriefach noch, weil wir das Gehäuse nicht geändert haben, auch aus Kompatibilitätsgründen. Aber Sie können keine Batterien mehr reintun, weil die sind auch nicht mehr erforderlich. Es sind nämlich Pufferkondensatoren, sogenannte Gold Caps, in dem Gerät eingebaut, die die gleiche Funktion erfüllen, ohne dass Sie sich in älter Form Gedanken machen müssen über Batteriewechsel, Akkus laden und so Zeug. Wie lange ist dann da? Wie lange hält dann? Der Gold Cap ist nur dazu da, um die sozusagen am Leben zu halten, wenn sie runterfährt. Also quasi, wenn man jetzt einen Stecker zieht, dann fährt dieses System sauber runter und dann schaltet sich es eh ab. Und so lange halten die auf jeden Fall durch. Das war bei der Alten nicht, wenn das Stromausfall war, dann? Wenn Sie keine Batterien drin hatten, bei der bisherigen ECOS, konnten Sie Datenverlust haben, wenn Sie einfach einen Stecker zogen. Und jetzt, das haben eben die Batterien oder Akkus verhindert und das machen jetzt die Gold Caps genauso. Ansonsten haben wir natürlich aufgrund der Verfügbarkeiten von Chips auf dem Weltmarkt das ganze Mainboard ein bisschen ändern müssen. Aber das sind jetzt eigentlich eher interne Gründe oder halt technische Umarbeitungen. Es hat sich an der Leistungsdaten und an der Größe des Gerätes nichts geändert. Es sind immer noch 6 Ampere Ausgangsleistung, das Netzteil ist noch das Gleiche. Wie gesagt, die Bedienung hat sich jetzt ein bisschen vereinfacht, dass man einfach nur einen Finger nimmt und leicht drauf tippt. Also Touchscreen einfach mal. Touchscreen hat es ja immer schon gehabt. Aber das musste man mit diesem Stift machen. Also es ist, man konnte auch bei dem alten Touchscreen mit dem Finger arbeiten. Das war aber etwas mit Fingernagel sozusagen. Man musste mal schon etwas härter drücken. Hier ist also ein empfindliches Display drin. Ansonsten ist alles beim Haken. Genau. Tatsächlich ist es jetzt sogar erforderlich, dass man jetzt mit sanften Druck arbeitet. Also nicht wie ein Berserker da drauf rumhacken. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, eine zu zerstören. Diese E-Koste sind auch jetzt natürlich dank Oh Wunder der Hutsi-Rebellen oder Hutsi, glaube ich, sagt man auf Englisch, auch ein bisschen verzögert gewesen. Wir sind jetzt aber seit Ende Februar auf dem Markt. Ja, wir kriegen die natürlich in laufender Produktion aus unserer Fertigung in Tschechien. Wir haben jetzt natürlich auch einen gewissen Rückstand aufgebaut. Ich denke, dass es schon noch bis Ende April dauern wird, bis alle Vorbestellungen abgearbeitet sind. Weil dieses Gerät wird ja sozusagen jede Woche frisch zusammengebaut und in laufender Produktion dann ausgeliefert. Und auch hier kann ich sagen, wir werden zur Messe in Dortmund ein Software-Update machen für die E-Kost, wo dann ein paar nette neue Funktionen im Bereich Pendelzugsteuerung dazukommen, werden, was auch zur Automatisierung beitragen wird. Da werden wir Sie aber gesondert darüber informieren. Nur schon mal als Teaser. Als kleiner Hinweis. Als kleiner Vorab Hinweis und Geschmacksverstärker sozusagen. Ja, und dann lohnt sich natürlich ein Besuch auf der Messe in Dortmund ohnehin. Genau, wenn wir schon bei den Messen sind. Wir gehen ja auf einige Messen dieses Jahr, nicht nur nach Dortmund. Wir fangen schon ein bisschen früher an, nämlich im März gehen wir nach Mannheim auf die Faszination Modellbahn. Das ist eine eher kleinere, reine Modellbahnmesse, aber sehr familiäres Umfeld, super gut zu erreichen mit ICE-Bahnhof in Mannheim. Da können Sie uns finden und wir stehen natürlich Rede und Antwort. Wir werden auch dieses Jahr erstmalig auf den Spur-01-Tagen in Gießen sein, also quasi auf der Lenz-Haus-Messe. Für die Freunde der größeren Spurweiten sicherlich ein Anlaufpunkt, den man nicht vermissen sollte, dann eben im April in Dortmund und im Herbst werden wir natürlich wieder in Leipzig sein. Achtung, dieses Jahr ist die Messe ein bisschen früher, nämlich schon im September. Und letztendlich wird der Messebetrieb dieses Jahr abgeschlossen werden von der Messe in Friedrichshafen. In Friedrichshafen, wie immer. Und die Leipziger Messe hat einen neuen Namen, das heißt jetzt Hobbymesse. Ja, richtig. Also ein neues Logo, neuen Termin und einen neuen Namen. Aber für uns ändert sich natürlich erstmal nichts. Wir werden wieder für Sie da sein. Genau. Und bei der erstgenannten Messe, wo er jetzt demnächst ist, das war jetzt Mannheim, können Sie natürlich diese neu halten, die wir Ihnen hier im Studio vorstellen durften. Live und in Farbe. Live und in Farbe begutachten. Und dann können Sie die Logs nochmal so richtig unter die Lupe nehmen. Ja, apropos unter die Lupe nehmen, da füllt man gerade noch was ein. Jetzt wird es ganz klein. Ja, richtig. Es gibt Lautsprecher. Ja, richtig. Wir haben zwei neue Lautsprecher mit Passiv-Radiator-Technologie gemacht. Was heißt Passiv-Radiator-Technologie? Sie sehen das hier jetzt im Bild. Auf der rechten Seite ist der eigentliche Lautsprecher zu sehen. Das ist ein Zuckerwürfel, ein relativ großer, mit 13 x 18 mm Größe. Und links daneben dieses ovale, schwarze etwas ist kein Lautsprecher, sondern quasi eine Art Bassmembrane. Das heißt, die schwingt quasi nur passiv mit. Passiv mit, damit das also voller klingt, der Sound. Das heißt, diese Bassreflex, also Reflex ist es nicht, aber der Resonator verstärkt die Wiedergabe der tiefen Töne. Dadurch habe ich letztendlich beides in einem Lautsprecher. Ich habe einerseits die Tieftonwiedergabe durch diesen und letztendlich hat man ja gerade beim Diesel sehr viel Bassanteil, den man natürlich unbedingt auch haben will. Und auf der anderen Seite habe ich eine sehr gute Mittel- und Hochtonwiedergabe durch die Sugarcubes. Diese Technologie haben wir letztes Jahr neu eingeführt mit größeren Lautsprechern, die sich eigentlich eher eignen für 0- oder für OO-Scale in England beziehungsweise für sehr große Dampfboxen in den USA, weil die haben ja riesen Tender. Die waren ein bisschen schwierig im Einsatz für H0-Loks, sodass dieser Lautsprecher, den Sie jetzt hier sehen, der hat nur 18 Millimeter Breite mal 35 Millimeter Länge. Der kriegen Sie wesentlich besser in H0-Loks rein. Natürlich nicht in alle, das ist uns bewusst, aber diese Technologie braucht aufgrund der Physik einen gewissen Bauraum oder auch ein Volumen hinter dem Lautsprecher. Im Moment kriegen wir es noch nicht kleiner. Also für alle Ludmillas und Tiger-Trommelfans müsste das ja der richtige Lautsprecher sein. Da muss ich sagen, da geht der leicht rein in Loks dieser Größe. Und wir haben den gleichen dann auch nochmal in rund gemacht mit 28 Millimeter. Da sieht man jetzt natürlich nur den Lautsprecher, weil der Bassreflex oder der Passive Radiator ist auf der anderen Seite. Also in dieser Hülle da drin? Ja, der guckt einfach einfach auf die andere Seite oben und unten. Ja, genau. Das funktioniert natürlich genauso und gibt natürlich auch einen entsprechenden Klang. Dieser Lautsprecher ist gedacht, wo früher ein 28 Millimeter Rundlautsprecher drin war. Da geht er in den meisten Fällen eins zu eins rein. Man sollte sich nochmal die Höhe angucken, ob auch wirklich genügend Tiefe da ist. Der klingt auch mega gut. Also Sie werden überrascht sein, was man da rausholen kann, wenn man sich diese Lautsprecher mal anguckt. Man muss ein bisschen tüfteln. Bei unseren Loksound-Dekodern kann man jetzt seit dem Herbst nicht nur die Lautstärken einstellen, sondern wir haben auch einen Bass- und Höhenregler drin. Das bedeutet, man kann die Basswiedergabe entweder, wenn es einem zu viel Bass ist, ein bisschen reduzieren oder ein bisschen überbetonen. Und das Gleiche geht mit den Höhen. Das kennen Sie ja noch früher vom Radio, wo Sie diesen Bass- und Treppler und so kann man letztendlich die Charakteristik von dem Ton einmal einstellen nach dem eigenen Geschmack, aber auch an den Lautsprecher anpassen. Und das funktioniert dann natürlich mit dem Lautsprecher mega gut und führt schon zu, ich sage jetzt mal, Ergebnissen in dem H0-Bereich, was wir vor 10, 15 Jahren in Spur 1 hatten. Also ich bin selber überrascht, was wir für Fortschritte gemacht haben in der Audio-Wiedergabe, wenn man bedenkt, als wir vor mittlerweile 25 Jahren angefangen haben mit dem Log-Sound. Der Fortschritt ist gewaltig. Also man hört jetzt wirklich jede einzelne Noase im Sound, auch mit dem Wiedergabemöglichkeiten der Lautsprecher. Das empfehle ich Ihnen. Also wenn Sie wirklich ernsthaft Sound-Umbauten machen, spielen Sie und experimentieren mit diesen Lautsprechern. Es wird sich lohnen. Das denke ich auch. Und es lohnt sich auch, in jedem Falle, liebe Freunde, auch auf den Webseiten bei ESO zu stöbern. Da finden Sie auch immer viele, viele Neuigkeiten, Updates und so weiter. Und auch ausführliche Beschreibungen noch mal zu dem Lautsprecher, auch zu dem Klangregler. Wenn Sie also entsprechendes vorhaben, dann können Sie sich das schon mal vorab informieren. Und wenn Sie nicht klarkommen, dann gibt es auch eine technische Hotline, die man anrufen kann. Ich denke, die helfen da auch. Oder eine E-Mail schreiben oder in unsere Formen schreiben. Genau, also Kontaktmöglichkeiten gibt es viele. Wir können uns nicht verstecken. Wir sind vor Ort und wir sind auch immer gerne für Sie da. Oder wie gesagt, kommen Sie und besuchen uns auf einer der Messen. Da können wir Ihnen natürlich sehr gut im Speziellen helfen. Genau. Ja, liebe Freunde, das war jetzt das Schlusswort vom Jürgen. Nein, das war es noch nicht. Das war es noch nicht ganz. Wir haben nur zwei Dekoder. Das müssen wir noch mal machen. Jetzt habe ich ja fast was unterschlagen. Die waren, die sind so klein auf dem Studiotisch. Ich habe jetzt erst gedacht, die hat da irgendwo, nein, Gottes Willen. Es gibt noch zwei Decoder. Ja, richtig. Wir haben Ihnen noch zwei LockSound und Mikro Decoder, also für die kleinen Spurweiten, vorzustellen. Einmal den LockSound 5 Nano mit einer Plax 16 Schnittstelle. Der hat hier den Vorteil, dass er noch dünner und kleiner aufbaut als unsere bisherige Variante. Das ist ein richtiger LockSound 5 Decoder mit allen Funktionen, die Sie von LockSound kennen. Ist aber ein reiner DCC Decoder. Das heißt, er kann nicht mit Motorola oder mit Selectrix eingesetzt werden. Eignet sich aber sehr gut in Locks, die noch, das muss man dazu sagen, den Plax 16 ist ja im Standard sozusagen rausgefallen. Aber es gibt halt noch ein paar ältere Maschinen, die diese Schnittstelle leider Gottes noch haben. und da können Sie jetzt auch diesen Decoder einbauen. So, und dann gibt es noch? Dann gibt es noch einen kleineren Decoder. Das ist jetzt unser aller, aller kleinste LockSound 5 Nano Decoder überhaupt. Der LockSound 5 Nano mit einer Next, LockSound 5 Nano DCC muss man sogar dazu sagen, mit einer Next 18 Schnittstelle. Dieser Decoder hat die Größe von nur 15,5 x 9,5 mm. Das bedeutet, er ist so groß, wie laut Norm ein Nicht-Sound Decoder sein dürfte. Weil die Next 18 Norm ist an der Stelle ein bisschen holprig definiert worden. Man hat zwei Größen definiert, einmal für ohne Sound und einmal für mit Sound. Aber natürlich, der Teufel ist ein Eichhörnchen, es gibt relativ viele Locks, da geht die Soundvariante nicht rein, die ein bisschen länger ist. Ja, richtig. Und so, dass wir jetzt natürlich gesagt haben, wir bauen den LockSound so klein, wie die Non-Sound Variante, damit er auch da, damit wir auch in diesen Locks die Chance haben, den Decoder einzubauen. Das ist ein reiner DCC-Decoder, also der ist wirklich für SPOR-N gedacht, nicht für H0 oder so. Auch nicht für TT? Für TT kann man hier natürlich einsetzen. Kann man nehmen, also Next 18 Schnittstelle. Ja, richtig. Also es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was der Hersteller einbaut. Schöne Grüße nach Sebnitz. Also natürlich, Next 18 ist immer das Mittel der Wahl für TT. Okay, in meinen Augen zumindest. Letztendlich, da wo die Next 18 Schnittstelle drin ist, kriege ich jetzt den Decoder problemlos rein und habe dann auch einen originalen LockSound 5 drin. Das ist natürlich schön zu hören. Ja, also das ist jetzt wirklich etwas, wo ich sage, auch das hätte ich vor Jahren nicht für möglich gehalten, wie klein wir unsere Decoder da auch kriegen werden. Wir haben natürlich den größeren Bruder immer noch im Programm, der hat auch eine Next 18 Schnittstelle. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, warum gibt es dann jetzt beide? Die Antwort ist ganz einfach. Dieser kleine ist ein reiner DCC-Decoder, wohingegen die etwas größere Variante kann auch M4, Selectrix und Motorola und kann auch auf analog Wechselstrom eingesetzt werden. Okay. Der eignet sich also auch für etwas kleinere H0-Loks, die dann mit Dreileiter eben fahren sollen, wohingegen das ein reiner Gleichstrom, also Zweileiter-Decoder ist, der wirklich seinen Einsatz in Endspur und TT haben sollte. Das gleiche gilt für den hier. Auch der hat im Märklin-Umfeld oder im Wechselstrom-Umfeld nichts zu suchen. Er ist nur bis 27 Volt sozusagen zugelassen auf der Hauptstrecke und auch da gibt es auch eine etwas größere Variante noch für diejenigen, die es wirklich mit Wechselstrom brauchen. Ich weiß, es wird immer komplizierter mit den Decodern. Wir haben mittlerweile schon den ganzen Zoo an Loksant 5-Decodern. Da muss man wirklich, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, genau aufpassen, welchen Decoder man in welche Lok reinbauen will. Am besten immer die Lok erstmal aufmachen und gucken, was ist denn für eine Schnittstelle drin, wie viel Platz habe ich, wo baue ich den Lautsprecher ein, wie groß ist der Lautsprecher, wie komme ich mit den Kabeln dahin. Und wir haben dann mittlerweile jetzt wirklich für fast alle Eventualitäten an Decoder, gerade im Spur-N-Bereich. Die Technik ist aber bei allen gleich, das heißt die Soundprojekte und die Soundabläufe und die Audio-Endstufen und so weiter sind bei allen Decodern gleich. Das heißt, wenn Sie auf unserer Webseite ein Soundprojekt runterladen, passen die für alle Decoder. Und wer sich noch unsicher ist, im Zweifelsfall euch fragen. Ja, natürlich, wir helfen weiter. Wenn es moderne Loks sind und wir die entweder selber kaufen können oder vielleicht sogar im Internet ein Ersatzteilplatz zur Verfügung steht, können wir ziemlich schnell sagen, was da reingehört. Ansonsten muss man natürlich auch dazu sagen, gerade bei älterem Material, wo die Internetdokumentation eher dürftig ist, da geht wirklich probieren über studieren. Also aufmachen und müssen Sie sie ohnehin zum Umbauen und dann einfach aufschrauben und gucken. Genau. Und dann notfalls mit dem Messschieber oder mit dem Lineal bewaffnen. Mal nachmessen. Das ist halt das Wesen auch des Umbauers und des Modellbahners. Das gehört auch dazu. Genau. So, dann würde ich sagen, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Ja, jetzt habe ich Sie informiert. Dummerweise bisher die kleinen Dinger hier, die hier liegen, ignoriert, aber es war eine wichtige Info und eine ganz tolle Sache für die Umbauten, dass also diese kleinen Dinger, das ist unglaublich, ich muss noch mal in die Hand nehmen, das ist ja wirklich. Ja, man sieht es schon kaum noch. Also das ist wirklich weniger als ein Fingernagel mittlerweile. Wie ein Fingernagel, genau. Es hat mal jemand gesagt, den ich gefragt habe, wie das mit der Elektronik ist in der Entwicklung, da hat einer mal gesagt, die wird so klein, bis sie mal verschwindet. Also ganz verschwinden wird sie nicht, allein schon, weil die Schnittstellen natürlich eine gewisse Größe vorgeben und auch die Physik kann niemand überlisten. Aber es ist schon richtig, wir sind schon an einem Punkt angelangt, wo ich sagen muss, wir können halt wirklich Sachen machen, die hätte ich selbst und ich kann mir ja viel vorstellen, nicht zwingend für möglich gehalten, vor einigen Jahren noch. Und was ich auch noch erwähnen will, wo es auch riesen Fortschritte gibt, ist in der Audio-Technik, also die Art und Weise, wie wir auch Soundaufnahmen machen, du warst ja schon mit dabei teilweise, das hat sich natürlich auch unglaublich verbessert, wir haben jetzt Sechsspuraufnahmegeräte und so weiter, sodass wir auch immer realistischere Soundprojekte ihnen zur Verfügung stellen können. Und in Verbindung mit den neuen Dekodern und vor allem auch den passenden Lautsprechern kriegen sie natürlich jetzt eine Detailwiedergabe, die man früher auch nie für möglich gehalten hätte. Also man hört jetzt heute im Soundprojekt zum Beispiel schon raus, wenn die echte Lok irgendwo einen Lagerschaden gehabt hätte oder irgendeinen kleinen Fehler, es gibt Leute, die hören genau schon raus, welche Lok wir aufgezeichnet hatten. Das ist dann schon ein Fortschritt. Das ist dann einerseits natürlich das, wo ich sage, Wahnsinn, jetzt haben wir irgendwas richtig gemacht, der Lokführer erkennt genau die Lok wieder, mit der er mal gefahren ist. Weil die sind ja auch in echt alle ein bisschen unterschiedlich manchmal. Ja, die klingen alle ein bisschen anders. Ist egal wie, auch wenn dasselbe Motor drin ist, aber irgendwie klingen sie dann doch anders. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Und wenn der Auspuffkrümmer oder der Nachschaltdämpfer, weil der Diesellok ein bisschen verändert wurde, dann hat der einen ganz anderen, härteren Sound. Richtig. Ja, so lieber Jürgen, nun haben wir es geschafft. Wir sind durch mit unseren Neuheiten. 15 Lokomotiven, die ECOS, Wagen und Decoder und Lautsprecher. Das, was wichtig und neu war für das Frühjahr. Vergessen haben wir, glaube ich, nichts. Oder wir sollten dann nochmal die Leute darauf hinweisen, auf der Webseite gibt es ja noch vieles mehr zu entdecken, was wir vielleicht heute nicht besprechen konnten. Wir haben die wichtigsten Sachen doch eigentlich gebracht. Also wir haben alles besprochen, was wichtig ist. Auf der Webseite stehen zusätzlich bei jedem Produkt auch noch die Liefertermine, die wir immer wieder aktualisieren, falls es zu Verzögerungen kommt. Gucken Sie auch auf die Webseite, wenn es neue Soundprojekte gibt, die wir regelmäßig veröffentlichen. Und ich kann Sie nur ermuntern, wenn Sie Vorschläge haben, was Sie gern noch sehen wollen würden oder was Ihnen noch fehlt, schreiben Sie uns eine E-Mail. Unsere Produktmanager, ich mache das ja nicht alleine hier, gerade im Logbereich gibt es viele tolle Menschen, die mir da zur Seite stehen. die sind natürlich immer offen für Vorschläge. Vieles, was wir jetzt gebracht haben die Jahre, basiert auf Vorschlägen von Kunden und da sind wir auch unglaublich dankbar drüber. Versprechen kann ich natürlich nichts. Das ist klar. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir auch die Zeit genommen hast, mit mir hier diese umfangreiche Vorstellung zu machen. Ja, sehr gerne. Und würde sagen, ich wünsche dir noch viele Ideen, viele neue Projekte. Was ich mir wünsche, liebe Freunde, das sage ich ihm nachher, wenn die Kameras aus sind. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß, wie wir es hier im Studio hatten. Ja, und dann freuen wir uns darauf, dass wir uns hier und da auf der Messe vielleicht mal wiedersehen. Ansonsten, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Puttich. Tschüss. Vielen Dank.